willkommen zu einem unboxing dieses mal geht es um eine jeekstar jeans und zwar ist es die revend skinny original jeans ja wenn das handy jetzt mal scharf stellen würde das cool wir auch die artikelnummer mit dem scharf stellen hat das gerät irgendwie ich muss so eigentlich selbst checken dass das überhaupt kein meter scharf ist diese iphone sind echt müll leute zumindest wenn es uns fokussieren geht die hose hingegen macht einen sehr guten eindruck wie man es von g star gewöhnt ist jetzt erst mal die rückseite und jetzt die vorderseite so ich mach das mal hier ein bisschen höher dann sieht man das einfach ein bisschen besser so hier sind auch noch mal die daten der hose dran so und hier nochmal die jeans aus dem anderen blickwinkel ich lasse es auch mal kurz so damit man sie einfach besser drauf bekommt und habt ihr sie einfach ein bisschen besser drauf so 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 und die rückseite auch noch mal soll ja auch nicht fehlen so und die rückseite auch nicht fehlen ok ich denke man hat jetzt alles in der hose gesehen so und die rückseite auch nicht fehlen so und die rückseite auch nicht fehlen